Können wir mal bitte kurz über Atlas reden? Es geht nicht um das Buch, das wir alle in der Schule hatten, sondern um den neuen Netflix-Film mit I'm still, I'm still Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, also Atlas, also die weibliche Hauptrolle, lebt in der Zukunft. Und wie in neun von zehn Filmen, die in der Zukunft spielen, ist es so, dass die künstliche Intelligenz bzw. Roboter die Menschheit auslöschen wollen. Schon wieder... Ja, schon wieder. Fangen wir mit den positiven Punkten an. Der Film wäre bestimmt ein richtig gutes Videospiel geworden. Das war's. Kommen wir zu den weniger positiven Punkten. Die Geschichte gab's jetzt schon unzählige Male und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Jennifer Lopez sorgt in keiner Sekunde dafür, dass ich mich für die Hauptrolle interessiere. Trotz der schwierigen Situation habe ich kein Mitgefühl mit ihr. Es interessiert mich nicht. Würde der Planet Erde in dem Film zerstört werden? Es wäre mir egal. Außerdem haben wir einen unfassbar langweiligen Bösewicht. Vorteil, den sieht man eigentlich auch erst so richtig am Ende des Films. Am Ende ist es dann aber für ein Videospiel wirklich gut. Ach ja, ist ja gar kein Videospiel, sondern ein Film. Wenn man ein bisschen in Jennifer Lopez verknallt ist, ist der Film mit Sicherheit super. Make-Up und Frisur sitzen am Ende nämlich immer noch perfekt. Wenn man aber einen guten Film sehen will, dann wird man sehr enttäuscht sein. Wie viele Punkte gebe ich dem Film? Drei. Drei von zehn Punkten.